Achtet dich schnell, ja? Meine Finger zittert. Tyler, wir werden uns alles zurückholen. Egal ob das die Waffen sind, egal ob das das Koks ist, was sie uns noch schuldet. Egal ob das die Waffen sind, die uns das letzte Mal abgezogen sind. Ihr werdet alles, alles uns wiederholen. Sag auf deiner Fotze von letztem Mal, dass diese mehrere Gründe sich in der Nase stecken kann. Und mal gucken, wie ihr nach diesem Krieg darüber redet. Wie haben euch gebase-radet? Weil? Weil mehrere Gründe auf den Tisch geklatscht sind. Komm, komm, erzähl, weil? Und falls du denkst wegen dem... Meine Eier klatsch ich gleich ins Gesicht, jetzt warte mal. Hab ihn, hab ihn, hab die Fotze, hab die Fotze, hab die Fotze! baja, ha, ha! Ich weiß nicht, wasъ� das Geist derrande Holger nahrne firent sich gar nicht so schnell. Ich öffne, hab ihn! Ja! Ach er, ich weiß nicht! Obwohl ich meinem Tata, ich möchte не lösen. rotz Kindertisch? Hast du einen Abbott, ich weiß die Fife! Two Mal Alex was nombreLaugh. Andere Sachen, die ich in sichern alle Leute fahме? Nachdemkirchen habe ich in seinem Treき? Mehrere Sekunden, merkt euch das, ja? Bw bis du Moni S delle virtuale D Gabi Weißt du warum du an der Wand stehst? Mehrere Gründe, du Schwanz Wenn Thomann voll ist, wenn Thomann mit 27 Mann ist wie jetzt mein Bruder dann ist das schon eine crazy frag muss man sagen, ja mein Bruder